Die Polizei hat am Dienstagabend im obersteirischen St. Peter am Kammersberg drei Tote in einem Wohnhaus entdeckt. Bei beiden Frauen und einem Mann wurden Schussverletzungen gefunden, so die Ermittler am Mittwoch. Hier ist die Sachlage noch nicht ganz klar. Jedenfalls können wir bislang bekannt geben, dass gestern am frühen Abend bzw. am späten Nachmittag hier eine sogenannte Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei eingelangt ist. Die Polizei ist dann auch hierher gekommen zum Wohnort des Abgängigen und hier ist dann gemeinsam mit der Feuerwehr das Haus betreten worden. Wir sprechen hier von einer sogenannten Gefahrenerforschung und dabei sind in diesem Haus drei leblose Personen vorgefunden worden. Aufgefunden wurden die drei Toten gegen 18 Uhr. Der Chef des Mannes hatte eine Vermisstenanzeige erstattet, weil dieser nicht zur Arbeit erschienen war. Laut ersten Ermittlungen dürfte es sich um ein Ehepaar sowie eine weitere Frau handeln. Laut Medienberichten soll es sich bei dem Mann um einen Lehrer handeln, die Opfer dürften seine Ex-Partnerin und eine deutsche Urlauberin sein. In welcher Beziehung letztere zum Ehepaar stand, war noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Obduktion der Leichen angeordnet. Die Ausgleichung Die Ausgleichung Die Ausgleichung Die Ausgleichung Vielen Dank.